UNTERTITELUNG Weißt du, wo ich eine Waffe kriegen kann? Wofür brauchen Sie eine Waffe? Ich kann Ihnen was anderes empfehlen. Also ein Spray zum Beispiel. Schade. Weiß jemand von euch, wie ich zu einer Knarre komme? Wozu brauchen Sie eine Knarre? Ein Mensch muss abtreten, wenn er kann. Entschuldigung, darf ich Ihnen hochhelfen? Stellen Sie sich vor, in der Boulevardzeitung. Skandal. Deutscher Arzt verabreicht jüdischer Patientin Sterbemittel. Wenn Sie mir nicht helfen, dann helfe ich mir selber. Spaß macht das. Na gut, dann fang ich auch an. Ja, mach doch. Das war ein Witz. Für euch Männer gibt's einen Puff. Warum gibt das nicht für Frauen? Ich find das so cool, dass du da bist. Ja, und ihr seid eine verrückte Bande. Frau Stern, gibt es etwas, das Sie sich noch wünschen? Etwas, das Sie noch erleben möchten? Auf die Liebe. Auf die Liebe. Sie sehen aber heute verführerisch aus. Findest du? Zuhra-Koshech al-Hashecham.